Ja genau, lass uns mal gucken, was da rauskommt für ein Team. Guck das Video-Joker. Ach du Scheiße. Also das Team wird ja komplett, also ist natürlich auch nicht schlecht, keine Frage, aber wenn du das jetzt vergleichst mit dem jetzigen aus Ligue 1, weiß ich nicht, ob da wieder so viel wert sein werden. Oder was sagt ihr? Das wird nicht so reinballern, Digga. Glaube ich nicht. Theo sieht lecker aus, ja. SBC, boah. Aber gibt's denn nicht schon diesen Kim Min-J? Weiß ich gar nicht. Marco. Ich check, dass sich das immer alles geleakt wird, ne? Ich verstehe es nicht. Aber wie kann das sein? Das ist doch viel geiler, alles erst zu sehen, wenn es Freitag rauskommt.